Ich renne jetzt erstmal da, wo wir ganz am Anfang waren, in die Fabrikhalle rein. Ich muss sehen, dass ich irgendwie ne Waffe oder sowas finde. Ja. Ja Mutti, jetzt komm nochmal hier. So, das habe ich ohne Blutung überstanden. Den dann mähen wir auch mal schnell um. Hier schon wieder so ein Eumelkopp. Ich find grad nur trinken. War auch nicht so verkehrt. Nee. Hier müssen sich welche umgezogen haben. Falls du meine Hose findest, mit der Munition, nimm die Munition mit. Nö, ne Mütz, zwei Mützen. Ich hab hier ne Schaufel. Diverses Zombie-Geröhre. Soll ich dich eben dann mal abholen? Bin jetzt grad auf dem Weg in das rote Backsteinhaus. Mit den Holzanbauten. Okay, dann geh dann, wenn du gleich durch den Vordereingang raus gehst, mal links raus. Gastkocher. Kein Platz für. Rucksack! Ah, geil. Sehr cool. Ist zwar orange, aber das ist mir egal. Oh, ich hab immer noch gar keinen. So. Hauptausgang raus. Weiter laufen. Jetzt bin ich, ich bin hier grad echt ein bisschen angespannt, so mitten in der Hauptstadt. Ist nicht mehr so lustig locker durch die Gegend laufen. Hier schon wieder ne Karte. Nee. Bin jetzt auf dem Container-Gelände. So'n Kerl siehst du mit nem grauen Hoodie und nem orangenen Rucksack, der da grad irgendwie wie ein wahnsinniger Pampa peest. Ich glaub, ich seh dich gerade tatsächlich. Gerade so'n großer Platz, du rennst auf'n Zaun zu. Ja, ich renn auf ne große Halle zu. Ja, genau. Guck mal, warte mal. Geh mal rechts rum, also so um die Hausecke quasi. Nicht ganz rumlaufen, sondern, ja genau da. Und dann steh ich hier oben auf'n Balkon. Da kommt ein Zombie. Wo ist denn da ein Balkon? Genau, geradezu. Du müsstest genau auf mich gucken. Ah! Yikes! Gesehen, ja? Hm, ich renn mal so'n bisschen schneller. Ja, mir kommt auch grad ein Zombie entgegen und dir lief glaube ich noch gerade einer hinterher. Ah, Zombie im Haus, ganz uncoole Geschichte. Die backen hier mal so geil rum. Black Jeans. Da hat sich auch einer umgezogen. Ja, jetzt komm. Kannst du das? Ja. Und da kommt der Zombie gerade hinter dir. Aber das scheint nicht zu adden. Ne, die hat mich noch geaddelt. Die rennt auf mich zu. Ah, okay. Tatsächlich jetzt. So. Alles klar. Komm, wir krieg ich uns mal kurz hier im blauen Haus. Ich hör schon wieder was. Oh, Basie. Nein. Scheiße Lichtspalt. Fuck. Äh, hier. Guck mal. Ich hab noch dein Kopftuch dabei. Schmeiß dich mal hier einfach hin. Uh, Kopftuch. Ist das von meiner Leiche oder hast du das so gefunden? Das hab ich so gefunden. Bist du durstig? Ja, ein bisschen. Aber ich find bestimmt gleich was. Ich hab noch zwei Dosen und ne komplette Wasserflasche. Oh, okay. Dann gib mir nochmal so ein Döschen ab. Ich geb ihn gerade schon weiter hoch. Kannst ja gleich unten treffen. Ich guck eben hier oben nochmal durch. Ne, ich komm. Auch wenn ich Treppen jetzt offiziell hasse. Oh ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Echt? Da hast du alles. Musi, Nagant, Feuerwerks. Dann stellst du dich auf den Rand von der Treppe und du bist tot. Ja. Ich bin hier. Mal eben gucken. Die, die ich jetzt wegschmeiße, die hat null Prozent. Ach, die ist schon weg. Oh schön. Zack. Da liegt eine. Ja, cool. Danke. Toll. Screwdriver. Stromdreher. So. Hervorragend. Ich hätte hier schon wieder Bock ein bisschen Bass zu üben, aber nicht nur um die Uhrzeit. Haha. Amt voll aufdrehen und go go. Ja, ich hab jetzt von meinem Kollegen einen ganz kleinen Amp mit 25 Watt. Der reißt da nichts. Ja, stimmt. Also das geht schon. Ist aber trotzdem nichts für nachts. Ne. So, komm, wir gehen mal hier rum, würde ich sagen, oder? Weiß ich nicht. Wir sind auch noch Häuser. Aber das sieht so aus, als ob das wo... Hier ist zum Beispiel eine Sechserhose. Die ist aber schlechter als meine. Wo wirst du denn hin? Äh, äh, äh. Hast du eine Sechstaschenhose? Ja. Gott. Hab ich trotzdem wo du denn hast? Ich wollte gerade sagen, ich bin in so ein Haus reingestratzt. Wo du vorhin raus kamst, warte. Guck mal, und da durchgekrampt. Ach, da. Ja, okay. Alles klar. Geil. Ah, diese schönen Bugs. Einfach traumhaft. Alles klar. So. Waffensuche die zweite, ja? Ich glaube... Wo war das denn? Ich glaube, guck mal, äh... Hier? Wo ist hier? Wo bist du da? War das hier in dem? Ne, ich glaub in dem. Wo hab ich von der Schaufel gesehen? Weiß leider nicht mehr so genau wo. Ist auf jeden Fall schon mal was zu essen. Ja, ja, das ist eben das, was ich alles nicht mehr mitnehmen kann, weil ich schon voll bin. Ne, hier war das leider nicht. Was ist das denn? Ein Stein. Ja, ja. Total seltsam. Aber kannst du wahrscheinlich auch Leuten in den Kopf hauen. Klönk. Ne, komm, wir suchen dir mal ne Waffe. Kantholz. Würde ich sagen. Ich will Leute mit Kanthölzern töten. Na. Oh, hier sind Stiefel. Ich geh mal eben dein Haus weiter in Richtung Bahnschien. Mach das. War ich hier schon? Die sehen ja manchmal so gleich aus, die Häuser. Ich hab ein Küchenmesser gefunden. Ah, hier ist die Schaufel. Ja, hier war ich tatsächlich schon, aber hier ist die Schaufel. Super. Komm sofort, ich will das hier nochmal eben zu Ende luden. Ich muss nämlich noch ein bisschen essen. Und jetzt, wo ich den Rucksack habe. White Hunter pants. Die sind auf jeden Fall schon mal besser als meine. Ja, ich sitze hier gerade, oder hocke hier zumindest auf der Straße. Und warte auf dich. Oh, das ist ja schon halb zwei. Heute wird's geil. Wir müssen ja auch gleich mal Schluss machen. Nein. Jetzt hängt keinen Bock zu. Ich auch nicht, aber... Mein Koffein wirkt doch gerade. Ich muss. Ja gut. Dann hol dir mal die Schaufel doch eben raus und dann machen wir mal Feierabend. Erstmal. Hauptstraße dann? Gleich. Hauptstraße. Wo denn? Äh. Hauptstraße, wo bist du denn hin? Hier lagen zwei Karten. Hier, Hauptstraße. Hier. Da. Guckst du? Guckst du? Sitze ich? Guckst du da rein? Links. Wenn du ein bisschen rumläufst, dann wirst du sie gleich finden. Dose Thunfisch gefunden. Mütze gefunden? Hey, guck mal. Eine Plattschaufel. Oh, halt, stopp. Hä? Einmal aus dem Haus rausgehen. Und eins weitergehen. Axt. Warum? Welche? Normale, aber besser als eine Schaufel, garantiert. Hm? Hier rein. Liegt da mitten im Weg. Das ist ja gar nicht so uncool. Ey, mich nerven die Mützen ganz schön ab, das muss ich ehrlich sagen. Ja. Mützen sind ein bisschen Fälle. Ja. Das ist wahrscheinlich so ein Mützen-Server oder sowas. Anderer mützlicher, nützlicher Kram. Fehlt mal komplett, ne? Und ne Mütze ist aber da immer. In jedem Haus mindestens eine. So, ich würde sagen, das Haus da drüben, hier auf den Bahnschienen, das sieht schön verlassen aus. Also, noch verlassen als die anderen. Und gleich. Musien, Knarre, alles drin. Und da drin locken wir uns gleich mal aus, kurz durchforsten. Oh ja, geil, ein Rucksack. Ne. Was ist das denn für ein Eumel? Was ist das denn für ein Eumel? Atlas Beipop. Gut. Was hast du da gefunden? Ich hab noch einen Rucksack, einen roten, falls du willst. Irgendwas für Waffen. Ach, ein Zweibein. Ah, okay. Ja. Hast du wieder so zwei Rucksäcke gefunden, oder was? Ja. Interessanterweise. Falls du einen willst, da liegt noch einer drin. Aber du hast schon einen, glaub ich, ne? Ich hab schon. Ja, das ist auch orange, das ist genau der gleiche. Ja. So, ich setz mich jetzt hier einfach mal hin. Ist denn noch ein Küchenmesser? Brauchst du eins? Nee. So einen Dosenöffner oder was? Nee, stimmt gar nicht. Dann brauch ich das tatsächlich doch. Jetzt war ich noch beim Charakter davor. Müsstest du gleich, äh, eins aufploppen. Äh, halt. Jetzt. Toll, aber das Zweibein, das brauch ich jetzt eigentlich nicht. Das ist für Sniper. Schmaß ich auch mal weg. Für die MG, damit du die ruhiger hältst, wenn du auf dem Boden liegst. Ja, aber wann kommen wir zu einer MG? Das ist wahrscheinlich eher selten. Wo ist das Messer jetzt hin? Ich hab keine Ahnung. Das ist die Spawned. Ich hab aber sonst eins. Ja. Wir machen jetzt erstmal hier Feierabend. Leider. Ja. Ja, doch. Aber sonst wird's mir ganz eindeutig zu spät. Mit der Atemmaske rum? Ja. Damit ich mich nicht infiziere. Ja. Ja, dementsprechend, Freunde, äh, vielen Dank fürs Zugucken. Dieses Mal war's ja ein bisschen angespannter, aber naja, man wird schon noch irgendwann mal merken, warum wir in Hauptstädten angespannter sind. Bisschen äußerst seltsamer war's. Mit Theo, ohne Theo, hier ein Zombie. Tja, lass uns schnell ausloggen. Äh, äh, macht's gut, Freunde. Ja, vielen Dank. Bis dahin dann. Tschüssikowski. See ya. Präsentieren 02 2